Was hätten Sie denn hier? Also, mein lieber Paul, ich habe folgendes Projekt geplant. Hier ist eine große freie Wand, die ich, und mir kam neulich eine Idee, was passt besser zu einem Bad als Wasser und besonders viel Wasser findet man im Meer und hier wäre auch noch Platz für ein paar Fische. Also, ich soll hier ein Aquarium malen? Genau. Das würde aber hier stehen, hier hinter dem Wand, ein großes Meerwasser-Aquarium. Mhm. Und du soll hier die ganze Fläche einnehmen? Hier von dieser Kante bis zur Tür oder was? Die Spitze. Die ganze Wand? Die ganze Wand. Also, die ist ja riesig groß. Ja, viel Wasser, wenig Fische. Du musst nicht so viel Fische machen. Du bist ja des Wahnsinns, dann hocke ich ja ne ganze Woche dran. Eigentlich hälfte. Dann muss die ganze Wand hier ausmachen. Und da oben auch, oder was? Nein, nur bis hier. Das Fenster ins Meer. Ich hab mich geschnitten. Ich fang dann mit Malen an. Ne ganze Woche lang. Okay, dankeschön. Kann ich da draufsteigen, oder bricht es dann zusammen? Kann ich da draufsteigen? Aber daraus kann ich am Schiport nehmen. Keine Wasser, bitte? Queine Wasser, bitte? Keine Wasser, bitte? Ich bringe es! Ich bringe es. Ich bringe es. Ich bringe es, oder? Das ist total schlissen. also irgendwie wird das nächste das da ist alles voller silikon es kommt ja durch das silikon total verklebt die wand mit silikon die ganze wand ist voller silikon da kann man ja gar nicht malen es ist silikon es ist keine farbe ja 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 Amen. Fertig. Ich habe keine Lust mehr.